Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu... Donkey Kong Country 2. Verdammt. Oh, was ist denn hier los? Haben wir gespeichert? Ich hoffe mal, ja. Ah, das müssen wir also machen. Das ist ja mal ein interessantes Level. Zum Glück haben wir gespeichert. Als mir das das letzte Mal passiert ist, ist folgendes passiert. Ich musste das komplett von so gut wie von Anfang an nochmal neu spielen. Was ich natürlich eigentlich unter keinen Umständen tun möchte. So, jetzt aber mal speichern. Nein! Ja, Mist, ich hab vergessen, was ich machen muss. Jetzt aber! Entschuldigung, aber das ist gerade lebenswichtig. Muss ich da was machen oder muss ich da noch springen? Ne, ich muss da schon was machen. Nein! Du Drecksack! Nein! Nichts! Nein! Ah, Mensch! Wie gemein ist das denn? Also jetzt wird's irgendwie wieder lustig. Vor allem ein bisschen Wägen gefallen mir. Nein! Ha! Hast du das gesehen, mein Junge? Ja, das könnte jetzt ein bisschen... Nein! Nein! Zum Glück hab ich gespeichert. Nein! Ja! Na, das mach ich nochmal. Guck mal, da gibt's ein Bonus-Level. Jetzt! Ja! Also das muss schon sein. Finde ich jetzt. Oh! Okay. Ach du meine Güte! Ich kann passieren, kann passieren. Ist aber trotzdem ein sehr lustiges Spiel. Ach, Mist. What the... Also gestern habe ich mich schon aufgeregt. Weil ich musste das nochmal komplett von neu spielen. So ziemlich. Nein! Also jetzt wird es langsam, ne? Also... Ja, soweit komme ich hier. Und hier... Wie soll man das? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal schauen, ob es funktioniert. Müsst ja eigentlich, weil das habe ich schon ein bisschen durchdacht. Ja! Wow! Oh nein! Mist! Entschuldigung. Ich muss gerade mal kurz lachen. Ähm... Ja, so... 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 No... No... Wieso? No... 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 Hahahaha Entschuldigung, jetzt ist es gerade aber irgendwie... Ich wundere mich, dass ich da überhaupt noch lache, weil normalerweise... Ja, ich halt mich jetzt mal zurück, normalerweise habe ich ja nicht vorhin... Let's Plays Hau ab! Hau ab! So werde die jetzt erwischt Ich habe gewusst, dass das kommt irgendwie... Nein! Ich werde wahnsinnig Okay, du triffst uns nicht Nein! Zieh dich! Nach so... Okay, das könnte vielleicht ein bisschen anspruchsvoller werden Mist! Nein! Wie? Ich dachte, man kann die... Fässer berühren Jetzt doch nicht, oder wie? Hup! Zu spät! Hup! Lalalala! Nein! Nein! Hehehehe Ah... Manchmal muss ja ein bisschen lachen, muss manchmal erlaubt sein Hupsal So... Jetzt! Mist! Jetzt wollte ich gerade speichern Also... Das war jetzt wirklich... In allerletzter Sekunde, dass ich da jetzt untergefallen bin Entschuldigt aber, das ist gerade... Nein! Ja! Oh, also das wird natürlich immer sch... Schwierig... Gah! Ja! Oh! Na los. Mist. Oh. Das war jetzt natürlich doof. Wie soll man das... Los. Wie soll man das schaffen? Ich probiere jetzt mal was. Ich falle mal absichtlich mit dem runter. Ah, das muss man anscheinend so. Ach so. Gut, das war's endlich. Los. Ja, ich hab's, glaub ich, noch erwischt, oder? Oder? Haben wir's noch erwischt? Also folgendes. Man kann nur speichern, ne? Wenn man diese gesamten Welten... Ähm... Ja, wenn man diese gesamten... Oh, oh. Äh, zusammen durch hat. Wenn man eine, so eine komplette Welt durch hat. Und dann wieder bei Grandma ist. Willst du mich verarschen? Hä? Los doch! Hä? Ach so. Ja, okay. Sozusagen eine kleine, fiese, hinterhältige, tückische Hinterfalle, oder so. Wir müssen versuchen, da reinzukommen. Ja. Ne, anscheinend ist das gar nicht möglich. Los, jetzt! Nein! Los! Nein! Reset. Nein! Also ich hoffe schon, dass das jetzt, ne?